So Freunde und weiter geht's. Ich musste eben unterbrechen, einfach weil wenn es bei mir an der Türe klingelt, ist es meistens einer meiner Nachtbahnen und einer davon ist körperlich extrem eingeschränkt. Er ist gehbehindert, also zu einem recht hohen Teil. Und auch in Zeiten der Corona-Krise versuche ich so viel wie möglich zu helfen. Das ist so eine Ader von mir. Ich helfe extrem vielen Leuten. So und wenn er klingelt, ist meistens irgendwas am Brennen. Also sprich, es muss irgendwas erledigt werden. Und das war auch jetzt der Fall gewesen. Deswegen musste ich mal hingehen. Nicht, dass irgendwas passiert ist. So und jetzt werden wir noch die nächste Folge aufnehmen. Dann werde ich eben eine halbe Stunde Pause machen müssen und dann ein paar Dinge für ihn erledigen. Unter anderem zur Bank fahren und so weiter. So und danach werde ich dann die dritte Folge für heute aufnehmen. Ich hoffe natürlich, dass ihr Spaß habt. Wir werden jetzt den Maryweather-Auftrag weiter ausführen. Und jetzt kommt natürlich der brenzlige Moment. Wir müssen mit unserem Sprüfflugzeug im Hangar des Transportflugs landen. Was eine unglaublich brenzlige Situation natürlich ist. Mal von der genauen Koordination abgesehen. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So. Ich bin zu schnell. Ich bin zu schnell. Uuuuh. Komm. Toll, jetzt fängt man. So. Jetzt setzt man alles aufs alles. Toll. Jetzt schmieren wir ab. Jetzt habe ich so lange gewartet. Toll. Ich lande, wenn dann eh auf dem Wasser. Hoffentlich müssen wir die ganze Strecke nicht nochmal fliegen. Das heißt, ich habe es da was. So. Ja, ich habe es zum Teil auch nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. So. Sehr schön. Juhu. Oh. Hier ich komme. Woosh! So, den Teil haben wir schon mal geschafft. Mit mir ist alles in Ordnung. Dankeschön, Paar. Ja, keiner. Wer soll fliegen? Ich doch nicht. Ich kann noch nicht fliegen. So. So, fliege das Mackenzie Flughafen. Wollen wir da eigentlich hin? Ne, ne? Da oben. Ist doch klar. Warum gehen wir also hier in den Landeranflug rüber? Wenn wir da hin müssen. So. Das sieht schon ganz gut aus. Das ist die richtige Richtung. Ein bisschen Speed. Sehr schön. So langsam kriege ich den Dreh beim Fliegen raus. Während da hinten immer noch der Funkenflug herrscht. Das ist etwas, was ich mal gerne in meinem Leben machen möchte. Mal richtig fliegen. Ja. 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 das möchte ich wiederum überhaupt nicht tun mit einem fallschirm irgendwo hinspringt wo kommt sie runter wo kommt sie runter dürfte im see sein im aller mose uns liegt am abfluss oder zufluss ich weiß es nicht aber wir sind relativ in der nähe das ist schon gut das heißt wir können eventuell wieder einsammeln so so wie ich mein glück in dem spiel kenne lande ich jetzt entweder einem laternenmast oder irgendwo wie ich mein glück kenne so aber wir sind direkt vor ort gelandet genau da muss es sein ja nicht ganz und wer ist mein auto so so Ich habe den Flugzeug gesehen. Ich habe überlebt. Und die Läder-Armee hat nicht so gut gemacht, also das ist etwas. Danke Gott! Der Fuselage hat in den Alamo-Sea gebracht. Vielleicht kann man die Fahrt mit Dive-Gear oder so. Oh, eine gute Idee! Aber es wird Zeit genommen. Er sagt, Oskar, dass er nicht diese Fäden bekommt. Okay, ich muss mich fragen. Sind Sie mit dem Regierungsverband? Ein Agent Sanchez war hier, und Sie sagten, dass Sie und Michael als Supervisoren in der Garage, der Kug-Site. Scheiße, ich muss das tun, okay? Aber ich benutze sie, okay? Sie benutzen mich nicht. Ich mache das klar. Merkt ihr was, Freunde? Diese Aufträge von dem Ron, das sind ja absolute No-Go's. Die bringen absolut Nothing. Absolut nichts. So, Airmanation. Wir sind stolz, unseren Kunden einen neuen Lenk-Raketenwerfer anbieten zu können. Verschiedene Farbtöne zur Wahl also nicht verpassen. Gut, wie viel Zeit haben wir? 13 Minuten. 7 Minuten kann ich noch, aber vorher werden wir ein bisschen trinken. Klug, 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 klug. So, steig ein in den alten Bus. Okay, gucken wir mal, was das da vorne ist. So, Clites. Ich habe Patricia in deinem Wohnwagen einen Kuchen da gelassen. Es freut mich, dass du mit einer wunderschönen Frau Sessa... Wunderschön? Sie sind wunderschön. Ja, Frank. Seid ein. Hey, Alexi, komm, no! Hm. Wir freuen uns, dass wir den Fallschirm... Blablabla, suchs. Wir freuen uns, dass ihr bei uns einkaufen werdet. Apropos einkaufen. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen, hatte ich wirklich eine lustige Erfahrung auf meinem YouTube-Kanal. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere von euch gesehen hat. Da war eine Zuschauerin gewesen, zumindest dem Benutzernamen nachzuurteilen. Die hat irgendwas moniert gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall war es irgendein Bullshit gewesen. So, und die ist richtig aggressiv geworden. Und ich versuche ja immer, die Sachen in Ruhe zu beantworten und die Sachen ganz normal nahe zu bringen. So, und da fing die auf einmal an, mich richtig zu beschimpfen mit allem drum und dran. Und hinterher warf sie mir vor, ich hätte ja leicht reden. Als YouTuber würde ich ja Millionen verdienen und was weiß ich nicht alles. Und die ganz große Sause machen dafür, dass ich Leute belügen würde. Ich habe ihr geschrieben. Ich habe gar keine Monetarisierung oder sowas ähnliches an. Dafür ist mein YouTube-Kanal schlichtweg zu klein. Ich könnte es aktivieren. Das kann man ab 1000 Abonnenten. Aber es würde nichts bringen. Ich würde im Moment, wenn überhaupt, um die 20 Cent pro Monat verdienen dadurch. Das hat die mir nicht geglaubt. Ich bin doch kein Gronkh. Ich bin kein großer Let's Player. Ich bin einfach nur ein YouTuber, der das Ganze für lau macht. Da dachte ich mir auch. Na Jungs, da wollen wir doch mal hin. Da muss ich ehrlich drüber lachen. Zum Schluss habe ich die Kommentare alle gelöscht. Was? 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 Ich mach immer Stress. Wer mich kennt, der weiß, dass ich Stress bin. Kommen, geh raus! alter der war so besoffen ist noch nicht mal vom barstuhl runtergekommen naja ich habe ihm geholfen menschenfreundlich wie ich bin stoppe das auto da ich bin Das ist eine schienische Runde. Sie sind eine Art von ihnen selbst. Bleib die Stung-Gunse auf die Seite, mein Freund. Sie sind wahrscheinlich Gang-Members. Ich habe gehört, dass einige dieser Unbeziehungs-Gunsehenden trafikieren illegal-Gunsehenden in unserem sehr, sehr peacefulen Land. Jetzt, wer macht das so? Kannst du glauben, dass sie singen? Es ist wie sie überhaupt nicht interessieren. Du kannst dein sozialist-Balland-Revolution und Discontent zu dir selbst. Alter! Wir in der Ruhe liegt die Kraft. Irgendwann werden sie einen Unfall bauen. Oder wir. Hey, hey, stopp das Fahrzeug! Das ist ein Sinus und der Rest! Natürlich würden sie mich nicht verstehen. Jetzt würden sie, Joseph. Sie können nicht assimilieren. Das ist nicht weiter schwierig. Wir müssen näher ran. Schlafe er wohl. Schlafe er auch gut. Du bist ja schon wieder aufgestanden. Sorry about that, pal. Don't apologize to them. They're the ones breaking the law here. Very nice, Trevor. Respektful, but firm. We can handle it from here. Get in the vehicle. You've fired your phone. We're going home. Please no more. I go with you. What is wrong with you? Das sind Mariachis. So heißen die mexikanischen Sänger. So, steig ein. Well, thanks for the help, citizen. America is a little bit cypher because of you. Demokratie für König und Vaterland. Ja, ist genau. Ist klar soweit. Ja, Freunde. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Der Meriweather Auftrag war natürlich mal wieder ein Reinfall gewesen. Es war eine typische Ron-Quest gewesen. Aber was soll man machen? So ist das nun mal. Gut, Freunde. Ich werde an dieser Stelle die Folge beenden. Ich hoffe, dass ihr auch bei der nächsten Folge von Grand Theft Auto wieder mit dabei sein werdet. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Macht es gut. Ciao, ciao. Jetzt wiederholt. Warum? Untertitelung des ZDF, 2020